Nächste Saison spielen wir erstklassig. Und dann Moinsen zum Nachbericht zum Sieg gestern im Freitagabendspiel gegen den FC Augsburg. Die Highlights 1 zu 0, 11. Minute durch Philipp Förster, 1 zu 1 Ausgleich 59. Minute Florian Niederlechner und 2 zu 1 in der 74. Minute der Endstand durch Sascha Kalajdzic. Wir starten mit 8 von 11 in der Startelf. Kublo und Castro doch noch nicht fit gewesen. Und die Davi hat statt Tommi von Beginnern gespielt. Und ja, Augsburg startet gut ins Spiel rein, würde ich sagen. Wir gehen aber in Führung. War ja, ein Tor, was man so vor der Saison nicht erwartet hätte. Klement auf Massimo, der auf Kalajdzic, der auf Förster, Tor. Schön gespielt, 1 zu 0 Führung. Dann die Verletzungsmisserie geht weiter. Massimo ist verletzt runter nach 22 Minuten. Da aber wohl, ja, der kommt wohl glimpflich damit weg mit der Verletzung nach den ersten Untersuchungen. Sonst fällt Bredlo auf mit wichtigen Paraden im Spiel. Freut mich für ihn. Bisschen Selbstbewusstsein. Top-Party gemacht gestern. Zur Halbzeit dann auch Mafropanos verletzt raus. Bei ihm aber, wie auch bei Massimo, wohl ein glimpflicher Verlauf. Sonst passiert recht wenig. Dann kommt der Ausgleich von Augsburg. Bis dahin auch durchaus verdient. 59. war das. Dann geht Koulibaly raus. Der kam erst für Massimo. Diese rechte Seite geht also zweimal verletzungsbedingt raus. Bei ihm wohl nicht so glimpflich. Könnte das Saisonende sein. Für ihn das vorzeitige erste Prognosen quasi. Also Untersuchungen sind Innenbandteilruptur. Mal gucken, was genau es ist. Auch bei den anderen beiden. Mal gucken, was da jetzt genau es ist. Also unsere Verletzungssorgen, unsere Verletzungen stoppen nicht. Die machen schön so weiter. Tommy hat noch einen Abschluss. Vier Minuten später dann das 2 zu 1. 74. Kalajdzic. Schöne Vorlage von Kulinov, muss man da sagen. Und damit steht Kalajdzic bei 15 Saisontouren. Der Kollege kommt vor der 2. Liga-Saison. Verletzt sich dafür. Gefühlt wirklich fast ein Jahr war es. Kommt dann zurück. Hat gefühlt 10 Minuten oder so in der 2. Liga gespielt. Jetzt übertrieben gesagt. Und spielt in seiner ersten Bundesliga-Saison. Wo er ja auch sehr, sehr oft erstmal nur von der Bank kam. Weil er davor noch Gonzalez, als er immer fit war, im Sturm gesetzt war. Und macht in seiner ersten Bundesliga-Saison 15 Hütten. Wahnsinn. Damit auch noch ein Kopfballtour mehr. Und er hat den alleinigen Bundesliga-Rekord, was Kopfballtour in einer Saison angeht. Seit der Datenerfassung da. Auch schön 85. Bundesliga-Debüt für Luca Mack. Damit auch der 15. VfB-Profi, der diese Saison sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Auch eine krasse Statistik. Förster hat noch zwei Chancen. Kai Schuh hat noch eine dicke Chance in der Nachspielzeit. Nutzt sie nicht. Am Ende war das Spiel schon eine recht schwere Geburt. Viele Torraums sehen liegen gelassen. Auf unserer Seite. Aber auch natürlich auf Augsburger Seite. Augsburg hätte sich von der Leistung her auch absoluten Unschieden verdient gehabt. Aber Sieg ist Sieg. Nehmen wir absolut mit. Vor allem nach vier Niederlagen am Stück. Natürlich auch mit dem Nebeneffekt. Du hast Weinzieher besiegt mit Augsburg. Der Klassenerhalt ist damit offiziell durch. Nächste Saison spielen wir erstklassig. Kommen wir zur Tabellensituation. Wir rücken damit auf Platz 9. Einstellig. 40 Punkte überschritten. Stehen uns bei 42 Punkten. Vier Punkte hinter unserem nächsten Gegner Gladbach. Der nächste Woche am Samstag auswärts folgt. Augsburg 13. Bleibt bei 33 Punkten. Die haben wie gesagt nächste Woche das wichtige Spiel gegen Bremen. Und wir rücken auch in der Heimtabelle auf Platz 11. Muss natürlich sagen. Klar, wir haben jetzt ein Freitagabendspiel gehabt. Das heißt, die restlichen acht Partien des Spieltags folgen noch. Da wird sich noch einiges verändern. Aber auch da schön. Da waren wir lange sehr, sehr tief. Da jetzt auf Platz 11 in der Heimtabelle. Kommen wir jetzt zum Man-of-the-Match-Voting. Da ist ja gerne Abstimmen im Community-Tab. Und auch natürlich gerne eigene Spielernamen, eigene Meinung. Generell alles zum Spiel da lassen in den Kommentaren. Gute Leistung gezeigt. Nach dem Pokalspiel auch sehr gut für selbstbewusste bei dem Kollegen. Freut mich sehr für ihn. Bredlo natürlich bekommt einen Platz im Voting. Den nächsten Platz bekommt unser Rückkehrer Borna Sosa. Dann kommen noch zwei Einwechslungen. Den dritten Platz quasi im Voting bekommt Joninov. Gute Partie gemacht nach Einwechslung. Vorlage auch schön gewesen auf Kalajic zum 2-1. Und auch natürlich wichtig gewesen. Und dann, ich habe es ja schon mal gemacht mit Armada, mit Sanko. Hier gibt es auch nochmal den Extraplatz. Platz Nummer vier quasi geht an Mack, der sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Und das ja auch recht ordentlich gespielt hat. Die Tweets of the match noch zum Schluss. Natürlich da jetzt mal ein, zwei mehr ausgesucht, weil es ja ein Spiel ein bisschen weniger hergegeben. Dann haben wir hier jetzt mal fünf statt drei Tweets. Wenn Ali G heute in der 86. Minute einen reinschädelt, kann ich hier auf der Presse-Tribüne für nichts garantieren. Fand ich sehr schön. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn da Al-Ghadoui noch seinen Bundesliga-Einsatz und auch sein Bundesliga-Tor bekommt gegen Ende der Saison. Und dann ist es ja so, bring einfach den Ball rein und da gibt es keine zwei Meinungen. Dann ist das Ding einfach drin. Kalajic, einfach Sensations-Interview. Stabil wie immer vom Mikro steht hier auch noch im Tweet drin. Der nächste auch, direkt nach dem Kalajic-Interview. Rino, nach dem Interview von Sascha hast du wieder zu viel gelabert. Also der Spirit in dem Team, das scheint 100% zu funktionieren. Das scheint ein wirklich, wirklich guter Haufen zu sein. Sowieso schon sehr sympathisch, der Haufen. Das scheint wirklich einfach zu funktionieren im Team. Das haben wir auch schon lange nicht mehr so top gesehen wie aktuell. Der scheint wirklich eine sehr, sehr gute Energie zu sein im Team, wenn man es ausdrücken mag. Vor der Saison waren wir quasi schon sicher abgestiegen. Da waren sich einige auch hier echt sehr sicher. Der Kader reiche nicht für die Bundesliga und so weiter. Zurück hat es das Team Missentat, Malerazzo und Hitzesberger nicht gejuckt. Bundesliga-tauglich.de, sag ich mal. Und da muss ich mich auch mit reinnehmen. Ich habe uns ja auch irgendwie auf Ach und Krach irgendwie auf Platz 15 getippt in der Saisonprognose. Weil die zweite Saison es halt einfach nicht hergegeben hat. Die war wirklich nicht gut. Wie gesagt, bleib dabei, du hattest wirklich, ja, bist mehr durch die Dummheit vom HSV aufgestiegen als irgendwie durch alles andere. Diese zweite Saison war alles andere als souverän und gut. Deswegen bin ich auch sehr, sehr überrascht und weiterhin natürlich extrem stolz auf die Saison. Deswegen geht da auch von mir das dicke Lob raus an Missentat, Malerazzo und Hitzesberger und wer auch alles da beteiligt ist. Wahnsinn-Saison. Nie in Abstiegsgefahr gewesen. Wirklich überhaupt nie irgendwie an irgendeinem Spieltag mal großgezittert. Unfassbar drin gehalten. Top-Saison. Sogar teilweise auf Europa-League-Kurs oder auf Europa-League-Hoffnungen gemacht tatsächlich. Wahnsinn. Und der letzte, auch sehr interessant, auch krass natürlich für VfB-Standards. Ab heute ist es soweit, Matarazzo hat die Amtszeit von Hannes Wolf geknackt und ist damit im Ranking der längsten Amtszeiten aller VfB-Trainer auf Platz 22 geklettert. Der nächste Schritt folgt schon in zwei Tagen, denn am Montag folgt Platz 21. Herzlichen Glückwunsch, Rino. Auch krass. Der Kollege ist wirklich schon recht lange im Amt, weil Wolf ist ja einer der längeren im Amt der letzten Zeit in der VfB-Trainer-Phase. Deswegen da auch sehr schön und wie gesagt, der Kollege hat noch einen Vertrag bis 2023 oder sowas. Den darf er auch gerne bis mindestens dahin bei uns ausfüllen. Und damit war es das von dem Nachbericht. Morgen gerne im Weekend-League-Endspurt-Stream dabei sein. Sonst wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.